so hallo wir reden heute über die 5811 von kobe oma sieht wie ich finde ich bin der mark aus der wunderschönen pfalz der kanal heißt abgebaut warum abgebaut ganz klar weil wir hier über lego baue sprechen egal ob lego was auch immer es geht hier drum für die erwachsene meistens bisschen stress abbaue bisschen ruhe rein bekommen spaß habe sich ein bisschen ablenken corona zeit bietet es hier sowieso an jetzt wird es wieder wärmer ja dann gehen die leute wieder mehr raus vielleicht kommt ja noch mehr wir werden sehen aber hier geht es wirklich um den stress abbau dass wenn ihr merkt in den nächsten videos jetzt geht es erst mal zum versuchen das ist mein erstes video mal probiert was passiert wenn es klappt klappt wenn du dann nicht das ist mir dann auch nicht so wichtig ich mache es ja auch spaß an das red hier ja ich würde sagen beginnen wir mal man sieht jetzt an der bespiegelung wie ich das machen das sieht man das man muss aber das wird auch noch besser mit zeit ja fangen wir mit vorne hoch ich bin der kind der 80er ich bin 85 geboren der film kam im mai 86 raus ja geil das ist das wo doch jeder drauf gewartet hat mit der f8c und der mustang dass das ding kommt da jeder drauf gewartet es gibt es in china einschlägige seite gibt es das zu kaufen die f14 nicht in dieser qualität definitiv nicht ich habe sie getestet und genauso sind sie wieder weggegangen also das war nicht zum vergleich nachdem ich die f8c kommen wir alle später dazu ja sie haben viel besser gemacht zu f8c da kommen wir jetzt aber gleich zu fangen aber kann man aber vorne oben so muss es sein kein großer schnickschnack die warnung für eine dreijährige und so weiter wegen verschluckbare teile ist gar 148 mehr muss nicht sein das ist schön die verpackung wenn man sich aufheben will falls wegen sammler oder wie auch immer macht sind an der seite haben wir die figur nummer eins an der zweiten seite figur nummer zwei und so weiter normalerweise steht oft an der seite dass wir den aufkleber dass keine drauf sind und eu und schlag mich tot oben unten und da ist ein ja für informationen kann man gerne mal drauf gucken ganz interessant muss man nicht müssen mal jetzt nicht drauf jetzt geht es gleich um das sieht man alles nur mein ding natürlich hier mit den ort pad bündet ist klar wie bei kobe erwartet mit den einklappbaren dinger kommen wir später dazu weil es ist nicht alles einklappbar die flügel sind bewegbar da kommen acht dazu weil das ist ich finde es gewagt aber kobe kann sich das echt erlauben und was ich ganz krass fand dass es ein hersteller drauf schreibt dass es kompatibel ist mit alle anderen hersteller in dieser größe fertigen muss man also respekt an kobe dass die den mut beweisen so viel zur verpackung ich finde sie toll mich hat es gefreut wie ich sie gesehen habe wie sie gekommen ist ich habe sie vorbestellt war mega toll ich habe mich darüber gefreut sie ist gekommen und natürlich ich bin da sowieso kleines kind auspacke freu und attacke und ich bin ja keiner wo jetzt ist wie viele andere kraft dann erstmal neben hier legt oder sich 30 millionen sets kraft und die dann da hinstellt und dann oh nee da komme ich sicherlich in das put und dann will ich baue und dann will ich das baue und dann hole ich mir sie lieber nach und nach und dann baue ich sie auch gleich das ist wirklich von mir kommen sie ich mache feierabend und dann geht es los habe ich meinen namen gesagt ich bin der mark übrigens falls ich das vergessen habe so gemerkt zu der anleitung und dann immer immer rüber anleitungstechnisch ja alte schritte werden ich mach jetzt einfach mal hoch ausgegraut die neue werden gezeigt wir haben ich glaube 109 bauschritte waren es ich glaube 109 was jahrhundert neun bauschritte waren es es macht spaß es toll der fuß ohne ist kommen gleich dazu was mir aber auch fall ist von seite zwei bis fünf es macht kein abbruch aber es schreckt das stumm ab wenn man sich auf einen zweiten klang gemacht wenn man das sieht sieht man es hier die zwei mal zwei wechsler sage ich jetzt besser genau die lesen kommen wir noch dazu kommen wir mit der zeit dazu wie das geht die werden hier angefangen zu bauen die werden dann hier gebaut und jetzt geht es weiter und hier und hier hier geht es nur richtig ordentlich ab mit den dinger ich glaube 40 teile waren es wo nur das kommt aber ganz ehrlich man hätte damit weniger machen können aber es hat mit so einem spaß gemacht weil man freut sich doch und ich muss ich sage wohl so ich habe ja dazu den film geschaut warum auch nicht wie bei harry potter da hinten jetzt hat wie man sieht ich bin ja ein riesiger reporter fan kommt am nächsten winkelgast gleich mache ich das mit euch vielleicht machen wir da ein aufgebaut und statt abgebaut weil hier geht es ja um den stressabbau da bauen wir oft mit abgebaut mal gucken was ich mir für einen titel einfallen lassen ja ich denke der wo das ding dann final nochmal gebaut hat nachdem es der erste entwurf war und hat damit anleitung alles ich glaube der hatte den film dabei laufen weil wenn man gemütlich vor sich hin baut mit dem film und macht und tut dann guckt man genau mit dem film aus aber wirklich ganz genau gemütliche zwei stunden mit ein bisserl poise zwischendrin wo kaffee trinken dann passt es echt gut das war auch ein froh von meinem von meinem arbeitskollegen der baut auch der ist ein star wars fan damit ich auch immer mal hier mit dabei habe da wird man sich star wars vorstellen vielleicht fahre ich auch zu ihm und zeig es ihm mal weil das ist beeindruckend was er hat das ist echt beeindruckend und cool ich bin kein star wars fan tut mir leid ich kann damit echt wenig anfangen genauso wie star trek und so ich bin da mehr so top gun und mash ein käfig wo der helden sowieso die sache die haben mir immer gefallen bonanza es waren so die dinge nacht weiter die neue finde ich nicht so toll die alte cool mcgye war die alten coolen neue auch nicht so meine meine ist nicht schlimm oder kassel kassel finscher so ja kommen aber jetzt mal zu dem eigentlichen geschehen wir haben hier erfahrsteile und wie man sieht hier die teile sind da dafür da wenn man es baut wenn die mit angefügt dass man das dann auf hinlegen kann ich würde sagen wir fangen vorne an und hören hin auf eins habe ich vergessen ach jetzt wird das wieder ich kann es auch noch mal zeigen und zwar beim bauschritt 7 bis 9 respekt was ich kobe traut ich glaube das würde lego sogar fast gar nicht packe man sieht hier die einzelnen noch da drauf werden dann die triebwerke aufgebaut ja die halten bomben fest am anfang was ich schon mit einer noppe und so weiter aber wenn man die weiteren bauschritte sieht respekt 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 an den macher respekt an der und testet hat dass sie das abgesegnet haben weil besser geht in meine auge nicht außer zwei drei kleinigkeiten kommen wir noch drauf das hat auch fehler des teils man darf nicht so blindlings drauf gehe aber jetzt kommen wir mal dazu kommen wir mal dazu ich mache ein bisschen runter ich bin hier der hightech 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 so das ist der prügel wir fangen vorne an und hören noch hinten auf würde ich sagen und zwar was besser gemacht haben im gegensatz zum alten modell ich habe sie alle keine angst zeige ich noch am schluss so hier ist die spitze gesteckt mit so einem rund gedönst mit dem runde pin da das wird drauf gesteckt halter kraft ist gut ist kobe gewohnt so man kann es aber für drehen machen und tour wie geht es besser kobe sagt wir lernen aus fehler wir machen es einfach besser okay machen sie auch so hier haben wir jetzt zweimal vier noppen jetzt zweimal zwei noppen also vier noppen geht bloß in einer position drauf moment ende aus mickey maus das ding hält lässt sich nicht verdrehen wunderbar ist fest prima so wie beim original davon klar es ist natürlich cool dann ich mache es mal kurz vom fuß ab in der hoffnung dass jetzt nichts wegweiß das ist stabil und schon habe ich die rakete erst abgerissen natürlich wenn man es natürlich auch doof festhält halterungen sind cool so jetzt gehen wir mal zum führer aus ach das glänzt nicht wie speck spart gehen wir mal ein bisschen runter überall bedruckt auf beiden seiten respekt 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 jetzt kommen wir zum ersten fahrwerk ich habe gesagt von vorne hin fahrwerk hier es ist nicht einklarbar aber komplett weg machbar ich bin der typ ich habe die fahrwerke immer dran ich finde das macht den stil noch ein bisserl ich finde es cooler wer es will kann es auch drauf lassen ich hänge mich doch drauf nicht auf dann der erste fehler von zum original ich habe das vor gelesen und so was ich bin ja nicht ich gucke ja nicht wie so ein fuchs so genau drauf aber ein atrophie gewiesen und ich gebe ihm ein bisserl recht aber an ganz hier vorne bleibt normalerweise ein stück scheibe wenn ich das jetzt aber sehe ich hätte es nur bedruck gemacht hätte scheibe drauf gemacht ziehe das neue batman mobil wo jetzt kommt das kleine aus der acht jahre ist das acht jahre das ist ja ich weiß es nicht genau können ja drunter schreiben dann kann das sagen wann es war da sieht man dass die haben die zwei scheibe vorne drauf gemacht ich finde es nicht so schön wie die lösung mit ihrer scheibe normalerweise ist hier eine scheibe und dann geht es nicht dran auf vor allen dingen wäre es auch länger aber das ist die lösung ja jetzt kommen wir zum teil was mir nicht so gefällt die menschen figuren die sitzen hier drinnen auf dem sitz den hol ich jetzt gleich mal raus und der schlauch wird da drin befestigt und der schlauch wird auf der hals gesteckt hätte ich mir eine bessere lösung für den schlauch einfalle gelöst dass man die eventuell in den pinn reinstecken kann sowohl unten als auch einfacher als das was sie gemacht haben ich holen sie mal raus dann sieht man mal klein mal den fuß das ist der fuß fließe wie immer alles wunderbar wir kommen auch klein model zu dem fuß da habe ich damals ein problem gehabt bei den anderen flieger ansonsten hatte ich kein problem und das problem wurde perfekt gelöst wir kommen wir jetzt hier zu den menschen so kommen wir da jetzt noch drauf so der schlauch wird ohne in eine moment ich baue es mal auseinander ist ja nicht schlimm oder geht ja schnell wieder zusammen in hier rein gesteckt in dieses teil und das ist da unten drin also für die schnelle lösung ist es nix weil es kann man jetzt so wirklich so perfekt neu stecken weil normalerweise wird es noch ein stücklein finde ich nicht so prickelnd so jetzt hat zu dem ganzen gedöns um das abzumachen kopf ab und elm wieder drauf und dann haben wir unseren maverick was nicht besser ich feiere das absolut komisch also in china gibt es was da habe ich jetzt was gesehen ich überlege noch ob ich es mal so aber nur wegen motorrad ist es zu teuer das motorrad fehlt das motorrad fehlt mir noch mir fehlen noch die trainingsflugzeuge aus top gun 1 top gun 2 komme ich gleich dazu zu dem anderen kurz mir fehlt das motorrad noch mir fehlt das motorrad die mustang haben sie gemacht alles kleines motorrad steht dazu fünf euro teurer ans motorrad dazu wäre ich sofort dabei gewesen natürlich wäre das nett also so wir bauen das mal wieder zusammen bei ihm ist es genau selber das ist hin am sitz hinterm sitz machen wir wieder weg weggeflogen so und hält wieder auf und unseren gus das war für mich einer mit der bewegung der neber der fahrzehnte das ding zu holen und sein gus auf dem bärtsche bärtsche guck mal auch noch mal gleich dazu weil wer die trailer von teil eins gesehen hat sieht auch die sitze noch mal schnell so was jetzt neu gemacht haben gegensatz zu der anderen wir haben jetzt richtige sitze wo sie ganz drin sitzen nicht mehr abnobbe und nicht mehr die füße abmachen und auf einer noppe sondern hier haben wir richtige sitze nachteil an denen sitzen ist es ist kein legositz wo man sie aufnobbt also das ist wirklich nur so minimal hier vorne geklemmt an dem eine an der reinen finne minimal geklemmt also man kann jetzt nicht nur von der welt warten aber wenn man sie von oben so neu schiebt geht durch das aber dass der schlauch so viel druck aufhübt weil er so komisch läuft über die jahre monate wie auch immer gibt sich das aber es funktioniert finde ich toll finde ich gut kann man so machen jetzt baue ich mal wieder grob zusammen dass es nicht ganz so schlimm aussieht wenn wir du jetzt weiter machen geht ihr schnell spitze dran und fenstrasche dran wie man sieht man kann wenn es auf der räder steht drücke das funktioniert alles wunderbar so dann wäre eine bauern coole bautechnik ist man soll seine spitze aufnehmen also klemmkraft ist top kann man echt nicht sagen das war wieder blöd genommen von mir wie man sieht das hier ist leicht schräg wie beim original auch hier oben sind fliese drin die halten das unter spannung weil das wird ganz normal angeklebt wie immer so die lüftungen sind acht coole bautechnik da sind kein fehler drin oder sonst was in der baueleitung also wirklich man kann es wirklich nonstop danach bauen es ist manchmal selbst erklärt aber manchmal muss mal ein bisschen gucken weil verschiedene teile unterschiedlich langsam verschiedene böge haben wie hin an den triebwerk oder hin an den abschluss oder die seite cool gemacht und es ist fest es wackelt nichts es ist fest jene ist echt mega alles cool ein stück kritikpunkt wo ich bisher habe sind hier vorne nicht die klappbare dinge aber es wird auch kacke aussehen wunderbar so hier hinten kommen wir weiter rakete und so weiter die sind nicht besonderlich moment wir kommen mal hin die rakete hier die sind hier wenn man sieht moment sprich mal so sind die gerade mal ans bin nöppel an einer kleinen dünnen fliese angebracht wie man hier sieht da wo mein finger ist hier der da sieht man es an der dünnen fliese ist nicht hundertprozentig fest da wünsche ich mir auch einen kleinen teile trenner mit dabei weil wenn man einen teile trenner nimmt nimmt von einem ist ein teile trenner von anderen steckt man es dran hält es perfekt so ein tipp beim baue teile trenner hält es falls es mal abfallen sollte kommen wir zu den flügel flügel natürlich beweglich voll einstellbar wasser lichter groß sage die sind einstellbar beweglich aus rein und so weiter und was ich faszinierend finde da zeigt kobe einfach mut in meine auge gegensatz viele andere hersteller wo es probieren und dann einfach nicht schaffen ist wir sind hier vorne an einer noppe fest an einer noppe und die bewegen sich wunderbar größe braucht schnell darauf eingeht das haben andere kanillat schon gemacht unseren hell zum beispiel hat er schon gemacht ich bin gespannt wann die nächsten vorgestellt werden so viel gibt es noch gar nicht ich glaube ich bin einer mit von der ersten wo es macht ja finde ich cool flügel war ich überrascht was für risiko so eigentlich mit der große fliese hält es natürlich hier auf sehr viel noppe ich kann es jetzt nicht genau sagen und dann eine noppe fixiert hier für die flügel und es funktioniert tadellos das hier sind schöne teile bedruckt 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 wir haben insgesamt zehn bedruckte teile ja mit allen drum und dran ohne die figuren aber zehn bedruckte teile sogar hier neben wo man es kaum sieht hier neben ist auch ein bedrucktes teil glügel kommen wir noch dazu finde ich top so rakete und so weiter klar haben wir alles haben wir alles alles wunderbar hier hinne hätte ich vielleicht noch eventuell muss man sagen flamme oder so irgendwie was dass man so ich denke da würde was gehen dass man das noch ein bisschen cooler gestalten könnte ich habe jetzt auf endliche seite geguckt ich finde nichts vergleichbares dass man da was drauf machen können dass die in der flamme sind beim starter oder so wäre cool gewesen aber geht nicht aber das sind wir ja zum muck von daher sagen wir es gut was mir jetzt hat jetzt kommen wir weiter nach hinten diese tragflächen sind an einem ja so runde kugel lager gelagert deswegen sage ich es ist ein display set weil der kind über kurze lang das spiel darum macht und tut wunderbar fällt ab prima machen wir wieder dran aber ich denke es leiert mit der zeit aus vermute ich weiß ich nicht keine ahnung wir haben auch gedanken gehabt ich und meinen arbeitskollegen mit mir philosophieren ja der hat ja gesagt ich soll das mal probieren weil ich ja ganz spät ich soll mal so was probieren und da haben wir auch so einen test vorgeschlagen aber da kommen wir jetzt bei dem nächsten set zum beispiel jetzt was ich auch noch vorstelle ist was vorstellt sage ich nicht vergleichstu ist quasi allzu neu was ist damals gewesen von kasi die zuge und so weil ich hab okwarzexpress wollte ich motorisieren und da haben ich halt eine günstige alternativen geguckt ich bin doch frei offen ich es gibt sache die will ich unbedingt original haben und es gibt sache das interessiert mich weniger weil da geht es dann um den spaß da geht es um spiele mein kind soll nicht marke gebrannt sein glas lego lego aber ganz ehrlich wenn ich jetzt hatte häusel aus normale stelle bau oder aus lego stelle oder was auch immer ich sage es um klemmbausteine und lego steine oder kobe steine ist egal soll meinem kind egal sei es muss den zwang nicht haben ja ja persönlich ist es auch egal so aber das finde ich nicht so gut jetzt die verbesserung zu den alten aber da komme ich noch dazu weil das passt eigene meinung das hier passt von dem verhältnis her besser und optisch viel viel besser auch zum original getreue modell die flügel die dünne acht gedruckt weil viele haben ja hier gemeckert beziehungsweise bei anderen komisch auch gleich dazu dass das nicht gedruckt ist stimmt teils bei dem mustang ist es gedruckt bei der f8c super hornet limited edition ist es nicht gedruckt von maverick und hier ist es wieder gedruckt hier oben ist ein druck drauf die 410 da ist druck drauf hier sind auch wieder viele drucke drauf es geht ja aber warum bei der super 100 komme ich gleich dazu ja ansonsten das war das modell da stelle ich jetzt auf die ständer habe ich was vergessen ah dahin zack die lande auf dem flugzeugträger sind die seile gespannt respekt an die seile übrigens und an den hersteller sofern man schon rausgeflogen ist zum einen hagel zum lande finde ich ein cooles gimmick ist einfach gebaut finde ich cool macht ein bisschen spaß und man sieht es auch im film man sieht es auch im film finde ich cool so jetzt das teil ist ja riesengroß es ist riesengroß und wie man sieht wenn man es durchsteckt und alles macht es steht wunderbar und macht einen guten schlanke fuß von hier finde ich und ich finde es sieht einfach wunderbar aus so das war's zu dem modell jetzt vergleichen wir mal hinten die flügel moment muss dran wo wieder platz machen ach guck die figur von von der mustang so jetzt hat die mustang hinne die hat ja auch so den dünnere flügel auch bedruckt aufkleber aufkleber warum es sind sehr viele teile hier verbaut und das gedruckt und das wird schief und da sind die leute unglücklicher da machst du lieber den aufkleber drauf man ist ja nicht gezwungen drauf zu machen ich mache es drauf warum weil es cool findet es findet einfach im film statt und da finde ich das auch cool film kenne ich hatte noch nicht zwei teils wo aber sehen wir noch und auch hier wieder gedruckt und so da haben wir zum beispiel so ein fenster also es geht ja mach um nicht auch bei der f14 original getreu bleiben ihr könnt gerne mal im film gucken dann sehen wir das während er da euch steigt am hoffang oder auch am schluss in der schlussszene kennt ihr alle den film denke ich ich will jetzt aber an der teaser entfernen und erkennt und für die reihe cool gucken jetzt zum ersten mal am schluss sieht was dann auch noch so jetzt hat hier warum so dick ich finde es passt optisch zum rest ich freue mich mit dem klappen modus und so dass es nicht perfekt gelöst ist aber mir ist es wieder perfekt gelöst der druck hierhin auf den fließen so viele teile und er ist ja gleich gebaut zu ihr hier konnte man auf der langen auf dem lange brick konnte man das auch bedrucken hier macht es keinen sinn zu drucken weil wie will man so viele teile gerade und nein hör mal auf machen wir nicht ist quarkt oder für es sind etliche andere teile bedruckt 2 3 5 7 9 11 und schlag mich tot es wird immer mehr also ich glaube für den preis was das ding aktuelle markt kostet ich glaube aktuell wieder auch gebote für 42 euro 43 dann kann man das schon sagen respekt wenn man dann die teile sieht 500 noch was teile teile aber 754 bei der f14 und ich habe sie gekauft für sage und schreibe 55 euro vorbestellt und ich will mal der preis ich sage das ist ein teile preis von 7,9 cent was bezahlt ohne warte das ist geil das ist bedruckt und ich muss sagen viele hätten jo lego und so weiter lego ist könig also du müssen noch lange andere langstrecke dass er hinkommen aber das mit dem aufkleber ich bin gespannt wenn die winkelgasse kommt wie viel aufkleber das wirklich sind ich habe sie nur geguckt aber danach wieder abgeschaltet weil ich will mich überraschen lassen wenn das kommt ja so viel zu dem zusammengestellt sieht das hier schon müssen wir gucken ob wir das irgendwie hinkriegen dass wir die alles oder hinstellen so so kommt der dramatische wieso rum so ich finde das ist ein schönes abschlussbild oder so noch die die muster die bürger bringt das was so ja die ganzen figuren hat so findet man doch gut so ich kauf immer gern die blades oder warum da kann man schöne auf aufnobben dann kannst du neben dran stehen bei mir stehen die alle im regal und im keller habe da gefahren mein helme ist runtergefallen sehe ich gerade ja ich finde es cool ich hoffe es soll euch gefallen abonnieren klingeln und so wie ihr wollt mir egal ich mache trotzdem weiter beim nächsten mal ja gucken wir mal was wir machen wenn wir ein bisschen stress abbaute wenn ich euch mal erkläre warum ich das alles mache wieso weshalb weswegen ich mache das immer meistens abends so was aufbaue wenn alle im bett sind und dann setze ich mich hin und baue also überwiegend wochen eins und das ist was kleines und dann mache ich das an monate woche wenn sie alle im bett sind und dann habe ich so mal ruhe und dann kümmern wir uns zusammen quatschen und dann schauen wir uns das mal an ja pläne sind da spaß haben wir da aber was ich vorhin erzähle wohl ich mein abba ist gleich haben wir einen test überlegt da kann ich auch gleich mal den helfe fähren haben wir uns einen test überlegt und zwar den spieltest mir nehmen spiele also so lego quasi was auch immer keine ahnung schauen wir mal wie tun wir die klemmkraft testen indem man es einfach im kind in die hand gibt ich habe ja durchschöscher ja da gebe ich so in die hand 20 minuten lassen die zeit vergehe natürlich wird es nicht gefilmt braucht gar nicht drüber zu hater oder sonst was wird nicht gefilmt aber sie kriegt 20 minuten und dann darfst du einfach vollgas geben und dann frage ich so wie was gefallen hat und dann schauen wir mal in aller 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 sehen oh sorry wenn ich schon in die kameras aufgucken muss ich mich noch dran gewöhnen ist alles neu schauen wir mal was da passiert ist ja und dann gucken wir mal was für eine zerstörerwutung stand haben was nie gespielt woche ist und was spaß gemacht hat und so und 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 ich denke da ist auch viel gold vom familienvater was gibt es für alternative was kann man empfehlen für alternative wenn man sagt ich habe zwei kinder und ich kann jetzt nicht jedem die winkelgasse 400 euro holen oder ja also das wilde ende hier der hogwarts express für 80 euro habe und der andere sohnemann steht auf ninjago und will ninjago city habe für schlag mich tot was gibt es denn für alternative was haben wir denn alles zur möglichkeit und wo kann ich schon vielleicht auch ein bisschen mein geldbeutel schonen nicht jeder verdient immer das geld sich gleich so eine staffel durchzustellen einfach weil der bock drauf hat geht halt auch nicht ja müssen wir halt mal schauen ja ich probiere euch alle informationen wo mir einfallen kunstzugeben ich probiere ja naja ich sage einfach wenn mir was gefällt und wenn mir was nicht gefällt fertig ab ja ja das war jetzt mal kobi richtig mit kobi gemacht hat man sagt ich dachte ich darf das mit lego machen aber ich habe es jetzt mit kobi probiert ich bin zufrieden ich glaube das war es auch wert das war es auch echt wert zu machen so ich wünsche euch jetzt ein schönes wochenende mal einen moment mehr am samstag ne wünsche ich euch jetzt ein schönes sonntag ein schönes sonntag das geht geht jetzt sonntag morgens also ich mache das one cut und haue rein und finde mal raus ich will nicht schneide machen und tue ich kann es schneide aber ich will es einfach nicht ja immer durch fehler gehören zum leben so werden wir auch gemeinsam besser ja wenn der verbesserungsvorschläge hat und sagt hey probieren wir das 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 und ich kann es auch umsetzen weil es ist ja alles selbst finanziert hier ich will damit kein geld verdienen oder sonst was das mache ich anders da auf der arbeit ja das ist mein hobby und ich will das dann nebenbei machen und ungezwungen und ich plane nur einmal die woche sowas zu machen ja wenn es funktioniert ist gut wenn er dann nicht ja dann ist es so in diesem sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen sonntag das war es mal zum sonntag klasse oder ein kollege hat mir gesagt du brauchst schon eine message message habe ich gar nicht ich finde es ist für jeden ja und es ist egal was draufsteht ja ich glaube die message ist das schon geben dass es dass man nicht marke gebunden denken soll sondern einfach offen sein soll und spaß haben soll und das macht es hier wie man sieht mir macht es auf jeden fall spaß in diesem sinne